Jo, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen, mal wieder ein neues Video heute mal. Ihr seht schon, ich bin hier ausgestattet mit einem T-Shirt von den Mainz Athletics. Ich gehe heute auf die deutschen Meisterschaften, die Koffer sind gepackt, Leute. Und es wird richtig nice. Ich hoffe mal, wir werden, wenn die Spiele reißen und gewinnen. Drückt auf jeden Fall die Daumen, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt und gebt einen Daumen hoch. Ja, ähm, für dieses Video, dann haben wir, ja, dann haben wir noch den Baseball, äh, Moment, ich muss das hier mal kurz vom Kabel lösen, vom Ladegerät. Ja, okay. So, ähm, ja, also hier haben wir noch den Koffer gepackt, äh, den, äh, Baseballkoffer, hier sind wir den Baseballschläger. Dann habe ich hier noch den normalen Koffer und, ja, Leute, es wird richtig nice, auf jeden Fall, ähm, am Ende der, am Ende der drei Tage, also es dauert jetzt noch über, das geht über das ganze Wochenende. Und am Ende der drei Tage werde ich ein paar Videos hochladen über die DM und ob wir gewonnen haben, welcher Platz wir wurden und so. Also, falls es euch gefallen würde, also wenn ihr, äh, mehr über Baseball so erfahren würdet, sag ich jetzt mal, äh, könnt ihr auch mal auf Wikipedia nachschauen, ihr Opfer. Nein, ähm, könnt ihr, ähm, einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Fakten über Baseball wissen wollt oder ob ihr vielleicht mal Regelwerk von Baseball, ob ich mal so ein Video darüber machen soll oder nicht. Könnt ihr euch ja eher ausdenken, dann war es das auch schon mit dem Video und, äh, wieder mal nur ein kleines Infovideo. Ciao, meine Leute und wir sehen uns beim nächsten Mal so ein paar Tagen.